Ich ruf wieder an. Mr. Guy Sands, verzeihen Sie die Störung beim Essen. Detective Chief Inspector Barnaby von der C.A.D. Corsten und das ist Detective Sergeant Jones. Ich habe da so einige Fragen an Sie, Sir. Geht es um die Leiche, die bei Drace Cops gefunden worden ist? Allerdings. Wissen Sie, wo ich Mr. Sands... Was denn das ist? Ist Charlie Finnlissen? Es läuft normalerweise so, dass ich die Fragen stelle. Du mach doch keinen Aufstand, Joe. Ich mache keinen Aufstand, Jones. Aber ich kann es doch auch nicht ändern, dass ich Dinge erzählt bekomme, die die Leute loswerden wollen. Ich dachte, du würdest dich freuen. Ja, ich freue mich, aber das ist nicht... Wir sehen uns nachher. Hier ist Victor Godbolt, Lord Holm, Chief Inspector. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Es geht um Jack Colby. Nord, sagen Sie? Gewinne Kraft aus den Waffen der Macht, aus dem Pfeil, dem Dolch, der Axt und dem Schwert. Und wer es wagt, die Geheimnisse des Tempels zu verraten, der sei auf ewig niedergeworfen. Sie haben ihn gefunden. Das hätten Sie nicht tun dürfen, Mrs. Barneby.